Herr Bolz, haben die Leute recht, wenn sie sagen, den Medien glaube ich nicht mehr? Es gibt jedenfalls gute Gründe, das zu sagen. Und das liegt nicht etwa daran, dass die Medien lügen würden. Lügenpresse ist eine eigentlich wirklich unzutreffende Verkürzung. Ich möchte fast sagen, es ist noch viel schlimmer. Sie verschweigen. Sie tun das nicht, was man von ihnen eigentlich erwartet, nämlich aufzuklären über die Wirklichkeit. Und sie tun das, wie Sie in der Anmoderation schon richtig gesagt haben, aus falsch verstandener Rücksichtnahme und offenbar dem Gefühl, man kann den Deutschen nicht die Wahrheit zumuten. Sie reagieren falsch auf das Wahre und deshalb müssen wir es verpacken und vorsichtig formulieren. Sie haben das ja auch erforscht, viele Jahrzehnte. Was kann man dem Volk zumuten? Wie viel Wahrheit verträgt das Volk? Ich gehe davon aus, dass unsere Bürger mündige Bürger sind, dass sie erwachsen sind und das ist auch die Voraussetzung von Demokratie. Wenn wir diese Voraussetzung nicht mehr wirklich akzeptieren und teilen, müssen wir ganz anders zusammenleben. Das will, glaube ich, niemand. Insofern ist das die eigentliche Katastrophe, dass Leute, die sich zu einer selbsternannten Elite rechnen, glauben, dass Wahrheit für sie selber zuträglich ist, für die anderen aber offensichtlich nicht. Und dass man die Bürger für dumm verkauft oder sie einfach für dumm hält, für unfähig mit Wahrheit umzugehen, das ist eine unglaubliche Arroganz, die von bestimmten Eliten ausgeht, sowohl bei den Journalisten als auch bei den Politikern. Und es gibt auch in anderen Lebensbereichen immer mehr die Tendenz hin zum Paternalismus. Also von oben herab die Bürger an der Hand nehmen wollen, ihnen das, was zuträglich ist für ihr Leben, vorkauen und vorsagen, statt sie selbst entscheiden zu lassen. Damals war das ein extrem hoher Anteil von Kosovo-Albanern an bestimmten kriminellen Taten. Das Problem ist, dass darüber überhaupt nachgedacht wird. Also dass darüber, und ich glaube, das ist unbestritten in den Redaktionen, denken Sie an Köln in der Silvesternacht, dass darüber überhaupt nachgedacht wird, ob bestimmte, doch wirklich enorm relevante Informationen mitgeteilt werden oder nicht, aus dem einzigen Grund, und das ist das Dauermotiv in allen diesen Situationen, der Angst, man würde mit diesen Informationen Ausländerfeindlichkeit schüren. Und ich glaube, das heißt einfach, die Leute für unmündig erklären. Es gibt gewisse Leute, gerade auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in bedeutenden Nachrichtensendungen, die eben nicht nur Nachrichten bieten, sondern die Nachrichten so präsentieren, dass man nur noch eine Meinung dazu haben kann. Und genau das ist das Kernproblem. Wenn Sie vorhin gesagt haben, es wäre doch möglich, sich verschiedene Informationsquellen und verschiedene Meinungen anzuhören, um sich eine eigene zu bilden, perfekt, das wäre schön. Aber wir werden immer häufiger mit Themen konfrontiert, und das ist gerade die Flüchtlingsproblematik, wo man nur noch eine Meinung haben darf, wenn man nicht rechts, das heißt rechtsextrem, das heißt Nazi sein will.